Herzlich Willkommen zum ersten Messetag der DKM in den Westfalenhallen Dortmund. Heute besteht für die Besucher die Chance, interessante Gespräche zu führen, bei Workshops mitzumachen und bei Podiumsdiskussionen zuzuhören. Viel Spaß! Herr Knörer, was haben Sie sich Besonderes zur 20. DKM ausgedacht? Besonderes auszudenken in der Zeit, wo die Branche lebt, ist immer etwas schwer. Aber man braucht so eine Gesprächsplattform. Deswegen freue ich mich auf zwei Tage DKM sich auszutauschen und neue Ergebnisse zu bekommen. Ein großes Thema hier auf der DKM heißt InsurTech. Was steckt denn da eigentlich hinter? Bei InsurTech handelt es sich eigentlich um die Digitalisierung der ganzen Versicherungsbranche. Der Kunde sucht immer mehr im Internet, auch nach seinen Vertriebslösungen. Er sucht nach der Versicherung, die er braucht. Er informiert sich auch im Internet. Google ist ein ganz großes Thema und da muss die Versicherung einfach zugreifen. Veranstalter glücklich, Besucher glücklich, das war's vom ersten Messetag der DKM. Wir schauen jetzt auf der Jubiläumsfeier vorbei. Das Video dazu gibt es morgen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!